Kapitel 2 Besuch in der Winkelgasse Ein paar Mal war ich bereits in der Winkelgasse gewesen. Damals hatte ich nie wirklich wichtige Dinge erledigt. War immer nur mit Mom oder Dad zu kleinen Einkäufen unterwegs gewesen. Dieses Mal war es anders. Die Gasse war überfüllt und voller Leben. Früher waren wir meist während den Hogwarts-Zeiten gegangen und so war es meist leer gewesen. Heute dagegen rannten Kinder umher und pressten ihre Nasen an Schaufensterscheiben platt. Familien mit großen Tüten gingen an uns vorbei und Eltern riefen nach ihren Schützlingen. Ich versuchte, mir nichts anmerken zu lassen, wie aufgeregt ich war. Dieses Mal war es so anders. Es war deutlich, dass ich bald nach Hogwarts gehen würde. Es war im Grunde die Vorstation und nun war es sicher. Es war schwieriger als gedacht, sich umzusehen, nicht zu stolpern und gleichzeitig in der Nähe von Mom und Dad zu bleiben. Ich hoffte später noch in andere Läden zu kommen, als in die, die nötig waren. Die Qualität für Quidditch klang spannend oder die magische Menagerie. Erst jetzt kam mir die Frage, ob ich eine Katze oder eine Eule haben wollte oder bekommen würde. Victoria, die Stimme von meiner Mom riss mich aus meinen Gedanken. Ich hatte wohl doch versäumt, bei ihnen zu bleiben. Als ich aufsah, erkannte ich aber nur meine Mutter. Draco sowie Dad waren weg. Komm, wir gehen erstmal zu Olle Wände, meinte sie. Als wir durch eine besonders große Menschentraube gingen, legte Mom mir eine Hand auf den Rücken. Ich verdrehte die Augen, doch tief im Inneren mochte ich es irgendwie. Als die Tür vom Zauberstabladen hinter uns zufiel, schien es alle Geräusche sofort auszusperren. Meine Mom räusperte sich, als sie vorne an einer Art Verkäufertisch stand. Dahinter erhob sich Regale, die bis unter die Decke reichten. Alles war voll mit Schachteln, in allen Größen und Farben. Ich stand etwas weiter hinten und sah mich nach oben. Ah, Miss Malfoy, wie kann ich Ihnen helfen? Mein Blick blitt zu dem Mann, der nun vor meiner Mutter stand. Ich bin wegen Victoria da. Sie machte eine Handbewegung, die wohl heißen sollte, ich sollte zu ihr kommen. Die Augen von der Levanda, er muss das sein, lagen nun auf mir und irgendwas spiegelte sich in ihnen wieder. Doch bevor ich genauer wusste, was es war, drehte er sich um und murmelte etwas. Kurz darauf legte er mir einen Zauberstab auf den Tresen. Ich brauchte eine geschlagene halbe Stunde, um meinen Zauberstab zu finden. Oder er mich, wie auch immer. Levanda war sehr ruhig. Es schien normal, dass im Laden einiges kaputt ging, denn als ich einen Spiegel zerschlug, zog der nicht einmal zusammen. Trotzdem kam es mir so vor, als wolle er mir etwas sagen, schaffte es aber nicht. Vielleicht, weil Mom da war. Elfeinhalb Zoll, Mahagoni, ein Kern aus Einhornschwanzhaar. Als ich ihn entgegen nahm, kribbelte es in meinem Bauch. Kurz fühlte ich mich, als würde ich fliegen. Ich begriff sofort, dass das der Richtige war. Erstaunlich, gleiches Holz wie der Vater und Kern wie die Mutter. Ich runzelte die Stirn. Mein Vater hatte Ulmer als Holz. Und plötzlich wusste ich, was er meinte. Er redete nicht von Narzissa und Lucius, sondern von meinen wirklichen Eltern. Mom räusperte sich, legte Geld auf den Tresen und nahm mich an der Hand nach draußen. Ich schaute noch einmal über die Schulter. Levanda sah mir nachdenklich nach, lächelte mich aber an, als er meinen Blick bemerkte. Vor der Tür wurde mein Grübelein von den Rufen und den Menschen weggeschwemmt und weit weggetragen. Mom zog mich immer noch angespannt über die Straße, um für mich Bücher zu holen. Als ich erneut zurücksahre, konnte ich Mr. Levanda nicht mehr sehen. Der restliche Besuch in der Winkelgasse war langweilig. Oder zumindest das meiste. Mom ließ mich nicht mehr von ihrer Seite gehen. Gefühlt durfte ich nur zwei Meter wegstehen. Das einzige Interessante war der Besuch in der magischen Managerie. Mom hatte mir eine Eule kaufen wollen, damit ich ihr schreiben konnte. Ich hätte zwar auch die Schuleulen benutzen können, allerdings sagte ich nichts dazu, sonst würde ich vielleicht doch keine bekommen. Sie hatte mich überreden wollen, eine der größeren Eulen oder Uhus zu nehmen. Aber ich hatte mich am Ende doch für die kleine Eule, die, die die ganze Zeit an den Gitterstäben klackerte, entschieden. Die Dame am Tresen erklärte lächelnd, es sei ein Sägekauz. Ein treues Tier, wie sie es beschrieb. Im gleichen Atemzug plapperte sie darüber, dass kleine Eulen viel zu sehr unterschätzt wären. Ich sah Mom an, dass sie es nervte. Denn auch hier bezahlte sie und führte mich nach draußen. Das ist ein Sägekauz.